hallo und herzlich willkommen bei meinem kanal begrüßen recht herzlich zu einer weiteren runde NHL 22 zu der weltmeisterschaft der herren ja ich hoffe es geht so gut ist so gut drauf und sobs bis jetzt geile zeit und wir befinden uns am zweiten spieltag dieser weltmeisterschaft es spielt deutschland gegen die slowakei wir haben angriff und die tore auf unserer seite und unsere gastgeber die slowakei haben die tore auf ihrer seite noch mal schauen wie es hier in diesem spiel ausschauen wird das letzte mal haben wir ja 30 gegen kanada gewonnen und für den heutigen tag ist das dritte spiel dann aus deutschland ein tag pause und muss dann gegen russland spielen am 16 also am montag so wo liegen wir schon mal verliert aber die scheibe da läuft die gegnerin spieler nix schnitzel so hast du glaube ich zählen hast man schon man schon und schuss und doch unsere nummer 29 der leon aufnahmezeitpunkt ist immer nur das 27 märz meine sportsfreunde nur falls das den ein oder anderen interessiert worden hier aufnehmen die slowakei leicht aus ja und sie denken nicht mit uns aber sozusagen steht es jetzt wieder 0 zu 0 deutschland auf platz 2 in der gruppe b zu früh so bock ich hoffe dass man dies so richtig ausspricht so war der klick gehabt der goli dass man zu langsam wand so 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 jetzt vielleicht die Stunde des Tores für Cajun nee verliert leider So, die 72 Räusse hat jetzt Dominik Cahun müssen das sein. Sturm. Das funktioniert auch nicht. Sturm hat ihn. Bock. Wirdl. 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 Was mach ich denn? Bis jetzt habe ich noch mein Highlight-Spiel Italien-Schweiz. Das war bis jetzt immer noch mein Favoritenspiel. Auf gehts! Zweites Drittel. Schwitzel. Zehl. Schützel. Und. Schützel. Schützel. Was ist der Schützel? Entschuldige, Schützel. Das Team. Und so jungen Spieler, schau her. Zack und drinnen ist er. Dominik, schimmst du? Sturm. Und da ist jetzt das 3-1. Der Nico Sturm, erstes Tor in diesem Turnier. Hervorragend. Schön und jetzt zieht er das Ding rein. Okay. Danke. Los geht's. Duhuuuundundundundundundundundundundundundi. Ja, geht sie nicht. Das sieht nicht aus. hättest du mir in die kommentare schreiben welcher highlight spielt das ist bis jetzt auch bei mir auf dem kanal gesehen ob es also in der weltmeisterschaft in den zwei spieltagen wie gesagt meinix ist italien schweiz gewesen auch wen ich verloren habe aber das war trotzdem mein highlight weil es einfach das herzinfarkt spiel schlecht hingewiesen ist bis jetzt 9 30 und somit reichel schirst das erste tor in diesem turnier und das 4 zu 1 für deutschland in dieser begegnung der lukas hauptzeit also bei deutschland hätte jetzt weniger bedenken dass es in die zweite runde bringen im moment läuft es gut für die deutsche nationalmannschaft ich glaube ich habe das letzte mal in den kaum gespielt wo ich das letzte blieb in der pult gemacht habe ich habe es wieder Der ist gut. Okay. Oeh, 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 die ist voll knapp. Und das zweite Drittel ist vorbei. So, 4 zu 1 für Deutschland. 18 zu 8. Insgesamt die Schüsse. Weißt du mal ganz gut. Bulli haben wir 2 zu 13. Schaut eher schlecht aus. Aber schauen wir mal. Letztes entscheidendes Drittel meinem Spaßfreunde. Dann gönnen wir uns mit Deutschland einen Tag Pause. Und dann geht's morgen mit Italien, Norwegen und Schweden in den dritten Spieltag. Jetzt wird hoffentlich schon noch ein Tor schießen. Das ist Dominik. Das ist Dominik. 15.04. 15.04. 14.04. 15.04. 15.04. 15.04. 15.05. 15.04. Jetzt wird es nicht die Schwächeln gefangen, gut gemacht von Zanguli, stumm. Und das war der Tour am heutigen Abend vom Nico Sturm. 10-20, 5-1, da sind wir, Pfeichl, 7,59, jetzt sei es fast 8 gesagt, also 7,59. Ah, komm, versammt die Scheibe, aber ging es auch nicht mehr. So jetzt, Dominik, komm, 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 komm. Jetzt hat er, der Angriff von Dominik Kohn. Entweder schirst du sie gerade noch warm oder ich weiß es nicht. Müller, hat er dann die Verletzung nicht eingestellt oder wie es wirklich ist, ist er schwer verletzt gewesen. So jetzt, hoffen wir es, Eddie. Nico Sturm. Nico, Nico, Nico. 2. Tor, das war ja sein drittes gewesen. Der Tim, der Nico ist ja der Sturm. Jetzt hätte ich noch keinen Spieler dabei gehabt, der was ihn hätte ich geschafft hat. In dieser Weltmeisterschaft. 6 zu 1. 6 zu 1. Müller, Bergmann. Und somit trennen wir uns mit 6 zu 1. Und Ende des zweiten Spieltages, meine lieben Sportsfreunde. 2. 3. 5. Star Nr. 1 ist der Leon mit 1 Tor 1 Assist, Star Nr. 2 ist der Nico mit 2 Toren 0 Assist Star Nr. 1 ist der Team mit 2 Toren 0 Assist, dann schließen wir das ganze mal ab nächstes spiel am 16 gegen russland bei deutschland schauen wir uns mal die tabelle wie es jetzt im moment ausschaut würde jetzt mal sagen sagen können wie sich das verändert hat deutschland ist jetzt auf platz nummer 1 gefolgt von den russen gut die haben wir jetzt auch gerade ein spiel gehabt aber sind die russen auf platz 2 platz 2 dann platz 3 ist dänemark die waren davor auf 3 dann kommt die schweiz auf der 4 die haben sie von 6 auf 4 verbessert dann kommt italien auf die 5 die haben von 4 auf 5 sind die abgestiegen dann kommt kanada auf der 6 die sind am platz gestiegen dann kommen die kasachen auf der 7 die sind zwar plätze gefallen die waren vorher auf der 5 und die slowakei bleibt auf und platz 8 meine lieben sportsfreunde das war's aber für diesen sportlichen tag meine lieben sportsfreunde für diesen sportlichen tag was ist ja ich habe es gerade mal nachschauen müssen es sind gerade drei spiele heute was wir machen wenn es euch gefallen hat würde mich über einen daumen nach oben freuen über das eine oder andere kommentar natürlich auch wer lust und laune hat da kommen ja gerne abonnieren die glocke aktivieren so dass wenn morgen am dritten spieltag hier aus der weltmeisterschaft mit italien norwegen und schweden weitergeht nichts mehr neues versammt wird und damit schenke bis zum nächsten mal einen schönen tag und schöne abend und schöne nacht einen wunderschönen guten morgen lieber sportsfreund liebe sportsfreundin je nachdem wann dass du dir hier dieses video schaut vergisst mein leitspruch nicht in den farben getrennt in der sache vereint rivalität ist nur im stadion gut aber vor und nach jedem eishockeyspiel bin ich wie du draußen doch hoffentlich ein wahrer sportsfreund eine wahre sportsfreundin und man kann doch ganz normal mit uns über jedes eishockeyspiel diskutieren in diesem sinne bleibt mir gewogen und vor allem meine lieben sportsfreunde dies ist viel wichtiger bleibt mir gesund bis zum nächsten mal euer hb servus